Meine Damen und Herren, erstens mache ich das Zeigen von Transparenten. Darf ich Sie bitten, wieder Ruhe zu bewahren, damit der Präsident sein Schlusswort weitersprechen kann. Diejenigen, die sich da unten hingelegt haben, denen sage ich, wenn wir jetzt in einer ordentlichen Bundestagssitzung wären, müsste ich irgendwie dafür sorgen, dass Sie da weggehen. Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Ich sage allerdings, morgen Nachmittag, morgen Mittag um 12 Uhr muss ich hier die Sitzung des Bundestags eröffnen. Und bis dahin sollten Sie sich entfernt haben. Jetzt aber noch einmal zurück. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Zeit, wo wir ja sehen, überall, das ist ja gar nicht nur ein... Ich denke, wir sehen, wie wir ja sehen, überall, das istig, wenn wir literally noch ein bisschen, wezen, ja sehr, 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 sehr gut ist. Und wir sehen die Sitzung desèmessa partsen. was wir nennen dasarem Sitzung des Zweiges, die Mitarbeiter, die sind dann ein, ήzing yang την H twiste zu machen. Und wir schauen jetzt, was das, wie immer wieder in 2009 wird, oder? Und wir schauen hier wounds, dass wir es natürlich nicht mehr Mullufe bringen. Und wir sehen, wir brauchen die Jah蔑, sondern dabei auf кино, haben jetzt input.